ja ja ich habe schon laufen jetzt der freundliche vogel immer noch 31 leute auf dem server optimist bitte schneidet mich aus habe nichts an ob mich das interessiert war denn nur noch 30 leute auf dem server 30 der hat mal eben die sph durchlaufen lassen sieht das wird jetzt doch mal auf das ist das lustige ist es gibt ja auch da siehst du die barrikaden gar nicht das ist einfach durch die barrikaden halb stunden lang aufrecht warum da keiner umfeld damit hat sich richtig verraten ja dann beschwert er sich bei der inwalt da 15 leute da keiner ist tot 31 leute wie auf dem server outlaw taktak bandit gibt es noch ein paar kontakt ist dabei 1 kannst du mir das gehört glaube ich bei 9 ey dieses achten das hat mich letztes mal angeschossen der scheiß das ist ja der akne girl der akne girl der akne girl wollen wir ja mal die pickel aus der stelle um das ist das akne girl eben nicht gegen so mädel oder war das stockbrot hat er sich angemeldet nee das war äh nicht noch stockbrot und intradex intradex ja stockbrot stockbrot weil wie kommen die leute denn auch solche namen bei der namensgebung ne warte das ist so ne deutsche community so siehts aus nur wenn sich irgendwas mit hitfly machen stockbrot CCG ganz unten links wieder eins Sturm wieder eins Schuss das war ich und warum wenn ich die gräufe geschaffen rechts auf dem gesicht Osama Bin Laden ok ihr seid aber wachsam Osama Bin Laden Osama Bin Laden ist drauf Osama Bin Laden ist drauf Der ist doch tot man haben die amerikaner gesagt ist halt ein zombie ja ich holz euch nochmal kurz reconnect rein ich mach das im game schon klingt nicht geht halt an du brauchst kein Zahn richtig das bringt euch aber kein schuss bei uns bei uns oh ich sehe die oh ja siehst du die dennis die könnte man schon fast treffen nein man warte noch kurz bis sie hierher kommen aber es ist wenn du da rankommst sonst müsst ihr soweit zu suchen wenn du nein wenn du einen killst und die anderen verstecken dich danach hinterbäumen hast nicht von mir aber alle krank dabei sind vorbeizulaufen und du holst einen nach dem anderen ist lustiger kann sie nicht mehr im spawn sein hinten weit hinten drin direkt am spawn hoppen hat jemand was zu essen für dich nein nein ja ich ess grad wursch jetzt kommt schon sagen warte wie war das hat jemand was zu essen für mich ja warte marie dennis dennis die drei birken die drei birken da das sind ungefähr 100 oder du meinst die dinken birken da ne genau wo ich jetzt gerade hingucke das sind die drei birken vom vorneinfenster ja ungefähr 100 ne 122 alles klar naja über ein halben bisschen eigentlich nur glatte halbe geht schon mhm was sagt der sniper bag hm ich seh noch nix aber es ist halt echt brutal neblig ne ich gucke auch was wie ist er auf der kuppe dann wenn du immer die eine kleinere angabe nimmst also immer nur in vierteln machst die 1 kleinere angabe nimmst und circa auf kopfhöhe zielst dann triffst du halt immer schön auf die brust oder auf den hals dann sind sie immer instant load eigentlich mit der immuner team auf die brust und da war jetzt nicht einfach in einem klar oder wie sieht das aus nein 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 insgesamt vier fünf stück habe ich auch hier apok auf ja da kommt bei apok alles ein habe ich gesehen wo bornewald wenn du police geradeaus guckst gerade über die straße gegangen gehen aber richtung richtung backsteingebäude so die seite also ist er schon auf höhe police vorbei und hinterm backsteingebäude von uns aus nein nein der ist noch ganz weit im wald aber der kommt der flankiert wahrscheinlich ja perdi machst du oder ja wenn er probiert zu flankieren wir können aufs backsteingebäude schießen von hier ja sniper sind sind nur 450 auf euch beschossen der hatchetet hier rum sind noch ein paar neue dazu gekommen ja der bonron ja ja hinterm spawnwald bandagen äh banger range 8x der war schon da banger range so ähm mit alex ja schaust du jetzt so 180 grad vor dir also äh bis hier rüber halt bis zu dem winkel hier und dann halt rüber bis zum see dann schaue ich hinter dem backsteingebäude falls seiner kommt guck hier von backsteingebäude bis hin zum sniper hügel guck ich alles ok kannst du mir jetzt frühzeitig ansagen ich sehe ich den spieler glaube ich oder warte mal ne warte mal ach komm da meint grad jemand nicht auf bäume glitschen doch nicht sorry schreib mal nicht mehr glitschen holschala ja der schluck ja ich hab grad schon nachricht geschrieben dass die namen sagen sollen und dann wir haben vielleicht schon keine schuss mehr wenn das so weiter geht wir haben vielleicht schon keine schuss mehr wenn das so weiter geht und werdet hier mal nicht übermütig ne verballert hier unsere munition ich weiß wenn die uns ein brett geben dann krieg ihnen so nen nagel von mir dann hab ich ein brett dann hab ich ein brett dann hab ich ein brett ich mein wenn die sich gegenseitig von da hinten zerlegen das größte dann ja ohne munition scheiß mal auf aufrüstung ich bin muni soll ich mal alle einladen in der grunde nein mit auf damit akne alle girl akne girl stimmt gar nicht jetzt lass dennis schon was in sicht nope auch nicht hört du musst nicht flüstern die hören dich nicht psscht 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 die hören nicht man jetzt halt doch mal auf bitte was außer du pure diktatur psscht muss mich konzentrieren wer steppt hier medic ich lauf draußen auf der straße rum als äh spotter ja das ist ne gute idee du wirst kill also mein laptop ist jetzt offen mit der liste ja ja bedauert armson stell dich mal hier in die ecke rein ne 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 komm zurück die komm zurück ja bei den schließweckern da stehe ich doch die ganze zeit ja ja ganz in die ecke dann kommt mein rucksack durch die wand ja so reicht's schon so reicht's schon schade kann ich nicht durch die wand schlafen ja will doch nicht rum berger schluppes kennmer haha nicht hier black wird der halt jetzt rum weil er nicht zugelassen wurde einfach mal wenn er ohne fieses charakter namen kennen wir nicht ich hab ne scheiß position ich auch ich seh'n sind 590 meter ein halber milot komm hier ans linke fenster das geht nicht ja ans linke fenster du schießt durch das rechte ja du schießt gegen die mauer spieler in eurer richtung spieler in welchen richtung ist hinter der werkstatt am baum den am baum könnte ich gleich holen 120 lass mich ran da bitte ein bisschen ruhiger bleiben ich kenne die zombies und somit ja guter schuss gott oder gleich hätte ich verarschen gleich hätte gegeben und ihr meint ich verschieße ja ich dachte man kann durch jedes fenster schießt das hat nicht geklappt und scheiß erfahrungswerte ja ein bisschen blöd du ich kann die tommy nicht hauen forum gelesen ganz ganz stronghold für den arsch wieder mal espn bot und gletschern namen folgen so viel nichts beim voltage hat es geschrieben spn bot ja das ist ein apok leute gibt den fick drauf also ich hab las mich ran da getötet wollte es ist vor allem der beste es ist so ein richtiger kenner so wie gesagt du kannst hier nicht durchschießen ja das habe ich schon gemerkt ich habe es gemerkt schade zum glück hast neue ding geholt ja noch neues weg ja ich habe mich schon gewundert warum das nicht geht augen auge auf ruhe gucken ab wann waren wir denn hier ausgucken kann es euch noch ausgucken arroganzmodus an verstehe ich nicht warum man sich nicht vorher in stellung bringt im kompletten kranker er dann halt kommt kurzfristig kann man ja 50 Meter weiter hinten sporen also nicht direkt am nächsten sporen von der kirche weiß und was hat der stadt außen hinten im alt man kommt noch mal 50 Meter weiter hinter danke fürs posten nein einfach einfach warten so sollen die jetzt noch weiter da rum sparen wenn die gekickt ganz einfach lass sie doch schreiben naja ist hier kein chat fans da sondern ein spiel wenn er schreibt kann ich sterben das ist das problem das sind einige korrekte im klaren bei apok aber naja es gibt auch einige die nehmen sie extrem daneben gut jetzt haben sie wahrscheinlich das ganze tut am sporen geholt und jetzt loggen sie sich aus und kommen mit Kruger Rifles mit den anderen Charakteren das ist ein das soll man noch machen also lass mich ran da die Leiche die Dachmen liegen immer noch da englisch gehabt zombie gammel die spawnen ja wieder die zombies zombie pull bei uns dann müssen wir in der Postachers einfach sagen Peppers kommt in einer halben Stunde by the way das ist ein pull bei uns ne dennis ich werde den zombie wegsnipern wer war das keine Ahnung meine erste Barrikade kaputt ja mach den weg ja den brauchst du aber nicht sniperen los Baumwald ja mach weg ey du der zombie weg ja eine Barrikade weg gut können ja gleich da rum kommen jetzt bringt das Light Vision noch was nachher die Dacheln Rolf hast du EVG? ja hab ich gut ist das immer noch von mir? vom letzten stronghold? was ich dir geschenkt hab? ne das ist hab ich gefunden an der police zwei was? eins ist zu gut um eingesetzt zu werden nach mir die die Birken vermisst du an dem Haus bei euch wir sind los wir sind los ich sehste warte wir sind von deinem Fenster aus ungefähr ähm 130 Meter sind es das heißt wir haben halber Mill dort gucken die grad? wo denn? wo denn? warte nein hinten im Sportland mhm ich bin mir grad nicht sicher aber ich glaub da ist grad ein Sniper Schuss über meinen Kopf geflogen ja 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 die sind an dem Birken komm ans linke Fenster dann kannst du schießen ah hinten in den Tank schlagen Kugeln ein ja ja die kommen äh von der polizei Richtung linkes Fenster kannst du besser schießen aber der hat ja voll schlecht geschossen die stand da ganz ruhig rum einer hat irgendwo gegen die Laterne geschossen ich seh ich weiß kommt rechts rechts hinter einem großen Haus Sniper erkannt wirken los Feuer guck mal hier durchs Raid Shield Doom ich seh einen schießen beim Tank der schießt gegenüber der Seite gegenüber der Straßenseite hinter Police im Wald die liegen da oben im Wald und schießen auf dem Tank unten ist das Ding ein äh Raid Shield jetzt kaputt ne? wo unten? das hintere mein Gott das die von da aus treffen? nein aber wir hören ja Steps wenn sie ins Haus kommen mal Sniper Höhe sieht immer noch frei aus immer auf diese Entfernung kannst du mal hier komm mal hier ans linke Fenster komm doch einfach ans linke Fenster was probierst du es von da da ist noch der Winkel behindert wo sein? an welches Fenster? linkes Fenster hinknien 130 Meter sind das ich weiß guck ich jetzt an den richtigen Baum aber wenn die von da hinten schießen sieht man den Schuss der steht direkt in die Entfernung dass man einen Schritt zur Seite gehen kann er hüpft da ab und zu siehste so jetzt beruhigt euch mal hier ich möchte gerne mal wissen wo der hinter dem Police ist siehste laufend? dann hol ich mir den über Straße markant drei Birken dahinter 200 schießt auf mich siehste du kannst den Kugeln einfach zur Seite gehen wenn die auf dich schießen der Glitch hier von uns ja keiner von uns keiner seh die beiden nicht die hüpfen doch hier am Haar siehste es wirklich nicht warte mal die bewegen sich da voll wie viel sind das? 136 Meter das heißt ein halber Mill dort oh scheiße Spawnwald oh das war ja wohl knapp gerade nein von uns nicht nein von uns nicht der Typ heult nur die ganze Zeit rum das geglitscht wird dann lass mich doch jetzt in Ruhe man dann ähm 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 warte ab bis sie rauskommt wir das da also nochmal bei den drei Birken da gleich die ersten Bäume da sind jawohl da genau dahinter 200 über die Straße wohl so wahrscheinlich dann auch ne Position wo ich treffen kann markant kleiner Busch daneben neben großer buschiger Tanne ich seh ihn auf jeden Fall nicht von Tank Position aus schießbar ne was wo du jetzt hier links bist wo du hier links bist wo du hier links bist wo du hier links bist jetzt schaust du jetzt laufen siehste ja drei stück sinds vier stück aus dem Spawnwald das schießt auf die linken schießt auf die linken nein hab ich ganz links kommt noch einer ich sitze hinterm Baum links hab ich schon geguckt siehst den dünnen linken Baumfall bei uns Esra ja dann überlasse ich den Raum bei dir hier okay wenn du hier stehst mach die anderen beiden geradeaus unter dem Feuerwehrhelm durch ist geradeaus kleiner Busch ja und da in der Tanne daneben da liegen die auch bei der Tanne ja richtig das war einmal lang Waffenbeschuss und ein Sniper ja sind die noch da oder also sie haben sie gerade nicht mehr rüber geschossen und ich lauf hier ziemlich offen rum weil ich ja ein bisschen spotte ja schluck jetzt hör doch mal bitte auf damit im Chat komm mal her linkes Fenster ja nicht zeigen es du siehst den dünnen Baum da der rechte dünne Baum ja ja da links nebendran siehst den Zippflachen rausgucken das sind 100 Meter ja ok gerade rauf halten 100 Meter gerade rauf halten genau versuche warte warte einfach ab bis er sich komplett zeigt nichts trennt davon mach doch ganz ruhig lass ihn doch komplett rauskommen ey ich hab ihn zweimal getroffen ja hast du auf jemanden geschossen der rennt und springt ja sag mal der ist jetzt da wo lass mich mal ran da gestorben ist wer weiß noch wo wo ich vorhin die Person erschossen habe ja ich weiß da vorhin da stand müsste der jetzt irgendwo rumlungern aber noch nicht ganz da ne den Baum sehe ich nämlich die ganze Zeit nein nicht direkt an der Dämmstelle aber an dem Gebiet ist er schon er ist schon weiter vorbeigelaufen die jetzt alle aus uns vorn weit oder was ich sehe jetzt noch immer noch eine Position Beta der sich angeschossen hat ja ich kann ja gehittet aber wo denn an diesem dicken Baum hinter der Straße bei den Police was liegt da einer da da hat sich gerade einer bewegt also die sind an diesem dicken Baum der bis unten hin geht bewegen sich aber nicht nach vorne ja also zwei zwei Wilken rechts der erste Baum gleich unten links oder rechts von dem Baum hinten gegenüber vom See schießt einer mit der Sniper nochmal bitte gegenüber vom See schießt einer mit einer Sniper also äh ja er schießt da auf andere Leute ich kann nicht spotten und so wer läuft hier ich weg jetzt ja und jetzt ist er da ja ja das ist echt übel wenn man nichts sieht hast du ja NVG an ja ja ich glaube du siehst gerade mit NVG weniger als mit äh normal ja was geht mittlerweile geht's ich bin hier drin ich bin hier drin ich bin hier drin ja bitte ja auch verdammt das war der falsche h h h h h h h h ich würde so gerne ich würde so gerne warte mal warte mal ne hört auf hört auf nö nö ne aber beim baum keine ahnung wo er ist im d h das sind ja auch zweimal bieten ne einmal rechts bieten einmal links bieten ich versuche fein zu markieren warte ja gibt sie mit Flayer ja genau das war geil jetzt muss ich erst noch mal von wo ich beschossen worden bin alles für scheiße zu kurz ja aber genau in verlängerung ja richtig ich höre steps bei feuerwehr also stück ja gut das war einer von uns da hat der mann gute lohn erhält der ist bestimmt so ein 13 jähriger oder so ich bin mal niemand auf dem test wenn denn ist das bird weil der hat sein mikrofon gemutet ich lese gerade nebenbei noch vorgaben ja ich habe ich habe den ich war drüben habe gesagt das soll bitte den in-game-chat nicht mehr nutzen das vorn nutzen ich bedanke mich und tschüss wenn ich und ich darf aufs test ich habe ich habe auf dem ts mehr recht als der also daher ja trotzdem aufhören damit bitte ähm alex ja linkes der linke baum hast du in einem da gekillt ist die des öfteren mal unfreundlich geworden im live chat ich sehe ein survivor also den den ich vorhin mit schneider schossen habe da ist der loot weg was macht denn er jetzt hier ist die späne da ist nämlich doch bloß neben dem baum ich glaube der hat den zombie äh den typ gekillt da hängt der iba und large backpack ich finde ihn nur nicht gerade wieder wieso auf die reihe bekommen einfach paranoid paranoid die sehen wahrscheinlich überall cheater wenn sie erschossen werden solche sind es ich will mal kicken ehrlich kicken mal ohne witz aber mit f12 oder was ist das ja f12 machte bild weg bild weg zack brauche ich nicht ich kill euch eh alle aber mit sniper oder mit äh irgendwas ich kommen kann greifen die auch an oder was machen die party chillen also der sniper hügel ist komischerweise echt komplett frei ich sehe da niemanden ja auch von der auch von der safe zone kommt niemand runter sind ja auch nur 33 leute auf dem server oder wenn ich will hat eine das hat ein video davon was gerade glaube ich hat alles geschrieben wird ja es bräuchte dann einmal für brain also so klar die davon ich kenne dann ziemlich gut ich bin ziemlich dicke mitnehmen ja das mache ich jetzt ja ich weiß glaube ich auch der schlupf hat schweife angeschrieben er wurde erschossen und er ist nicht einmal disconnected gewesen ja naja lasst sie schwätzen wir sind profis hier ne leute nur so zinfo kann der feind einmal andrücken ich glaube unser sniper in vorgelagerter position vertreibt den feind bereits bevor der angriff erfolgt aber wenn die alle auch von da kommen ist schon blöd wahrscheinlich ist es so wie beim letzten stronghold dass er sich in der safe zone da wo sie sich bekämpft haben und keiner ist rausgegangen alle stehen das müssen wir mal reinschreiben dass man die charaktere vorher entweder ding äh platzieren sollte am besten geben sie noch eine kontoinformation und dann stellt sie ihre charaktere hin beim forum hat gerade jemand geschrieben dass dieser nikita 50 bmg verdächtig ist durch die wand gelaufen haben die eben abortion geschrieben dass der aiman hat das hat gerade jemand auf jeden fall im forum beschrieben ja scheiß jetzt mal drauf wir leben doch noch alle ja hier aber es ist ja auch scheiße wenn keine herkommen mhm ich trinke noch einen das ist ja ist jemand auf dem supermarkt nein sieht so aus keiner geht auf dem supermarkt ach so warte wir sehen das von hier groß oder kleiner supermarkt nein nein von den schuss ja im nordwald hier kommt man nicht in die nordost die bekriegen sich wieder gegenseitig ja aber weit weg chico's hideaway irgendwann spawnen wahrscheinlich ja ja wir griffen die ganze zeit ja wir griffen die ganze zeit ja du hast doch gerade gesagt jetzt lass die trolls doch einfach mal da trollen ja dann lass sie doch einfach ja jetzt einfach mal ruhe hier verdammt dags lass den chat jetzt einfach chat sein und dann ist gut leute auf den hohen gebäuden in die leute pass mal auf 1 zu 1 2 wer hat da eine flare gun rüber geschossen zu uns ich ja ich fast gut weil hier so viel action ist wollt hier mal ein bisschen aufmerksamkeit auf uns machen wir brauchen mal action jetzt noch ein blick ich gehe jetzt auch mal zur anderen seite ich habe alles hier im deck vor ja wissen wir für nächstes mal bescheid agro clan achos ist niemand ne agro clan kann es nehmen bloß das wird bissel ausgesiebt demnächst denk ich mal dort ja wir machen unsere whitelist im forum und die spieler haben vorrangig und dann ja also raketenkröte und der typ sind schon mal weg generell abhock raus ich sehe ein survivor warte mal hinterm hinterm backsteinhaus im spawnwald backsteinhaus ist von 175 meter einmild dort fast siehst du ihn ich sehe nicht nein können wir sagen wo weil dann kann ich aus dem ding ich weiß diese komische laden hier weg statt großer ausgang hinten rausschießen muss man kurz gucken wo er ist jetzt wenigstens welche die ganze zeit steppt ich hoffe dass ich würde gern mal gegner sehr wenigstens mehr keine ahnung habe ich mich getäuscht er soll mal zu sehen was kann ich so schwer sein wenn ich hier eigentlich reinzukommen versuchen ruhig bleiben die müssen erst mal gucken ich stehe schon nicht auf dem dach und hau die alle um wie lange haben wir letzt mal geworfen um in die stadt einzugehen haben wir uns auch zeit gelassen die beschnuppern uns doch wir haben doch schon ein paar erwischt wissen sie davon da können sie nicht mehr kommen ist dieser der schlub auch vom abhock ja ja das ist der schlub dieser komische warte mal dies war die leute sind auch die leute die uns haben ja 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 das sind die dienacht auf dem runden gebäude wie wir auf 1 sein 3 und was ist schon mal drüber eigentlich sind auch einige korrekte dabei bloß manchen und wir kriegen jetzt endlich ein drittel in den Arsch, aber richtig. Kann sein, dass das Night Vision, wenn man in hellere Gebiete guckt, sich sogar anpasst inzwischen von der Helligkeit? Ja. Ist ja krass. Kann sein, dass die warten, dass es wieder Tag ist? Lass sie doch warten. Ich hoffe es. Ja, dann werden sie ja wohl noch schneller sterben, die Lärm. Ey, die werden im Nebel kommen. Ey, die füllen einfach die Schnauze nicht halten. Der schlopste Willian, Alter. Geh weg. Juhu. Mal hab' er Schuss? Aus'n Wald. Bist du tot? Aus jemand Wald. Ist jemand tot von uns? Aus'n Nordwald kam der Schuss. Ja. Weit weg. Irgendwo hat Chico's Hideaway. Oh, mir geht jetzt halt bei uns. Kick die doch mal. Kick doch mal die Schlupe. Ja, geht mir auch weg. Bons, können wir kurz Plätze tauschen? Die müssen mal eine Minute weg. Schreib noch letzte Verwarnung oder so. Ja, schreib ich. Okay, okay. Jetzt kommt der Onkel hier. Die Barrikaden noch ganz, Brunze? Ja, ja. Ist noch ganz. Kann's verschieben. Kann's verschieben. Kann's verschieben. Raketen. Kann man überlaufen zu euch. Weil ich zu euch gekommen bin. Ey, ich glaub es gibt's so in... Ey, ey, ey. Der Leader ist damals so ausgetickt, weil ich da gelieft bin. Weil ich war eigentlich der Einzige, der sich den Arsch aufgerissen hat. Aber jetzt wird's lustig. Federzwerg. Verwarnung. Kick. Es wurde einfach gesagt, der Clan wird da runtergekickt und das passt wirklich ja nicht. Jetzt wird er auch noch poetisch hier, Alter. Jetzt einfach nix mehr schreiben. Lass ihn einfach nur sch... Wenn das kapiert hat, wird er nix mehr schreiben. Punkt. Hat er schon mal anderen Passwort drauf gemacht? Ich hab erst vier Sätze geschrieben. Viel zu viel. Ja, ist egal. Sonst mach ich ein Passwort drauf, n anderes. Willst du? Mit was? Kann man rausgespisselt werden, wenn man die ganze Zeit einen Punkt beim Chat schreibt? Punkt, 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 Punkt. Versuch's mal. Nee. Naher werde ich wieder gebannt für ne Woche oder so. Zu Recht. Wer war das, der in Talesgo gebannt wurde? Ja, nicht du Lappen. Ja, ey. Ich hab's gefeiert. Ich hab's richtig gefeiert. Ich hab's richtig gefeiert. Ähm. Richtung Spawnwald vom Osten. Nordosten irgendwo. Äh, ist ne Sniper. Äh, Sniper sag ich. Das war ne Pumpegang, glaub ich. Nicht gehört. Also muss es ne Pumpe sein. Ist ne Pumpe. Ist ne Pumpe. Peter, da war das schon ne Ska. Ah, ja, ne? Ich hab aufgerüstet. Oh, er traut sich heut was. Paul, ich bin auch mit der P90 da. Mit nem anderen Charakter. Ist eigentlich Kurti. Heute läuft das. Kurti ist bei Apok und heißt der Schlup. Ja, gut. Und, möchtest du wieder wechseln, oder? Wenn du nach vorne willst. Willst du an die Front, ja? Was man so Front nennt hier. Nico, du kannst auch nicht mal einfach die Fresse nehmen, oder? Du kannst jetzt mal den Krütenpisser kicken. Einfach mal so. Los, Sniper hinter uns. Irgendwo Richtung... Hinter der Tankstelle oder so. Garage oder so. Ja, Tankstelle, Garage. Da irgendwo ist er. Ist einer von uns beschossen? Keine Ahnung, wo drauf die schießen. So, wenn jetzt in 10 Minuten kein Angriff kommt oder so, dann fang ich an zu erreichen. Nein. Keine Hunde im Arsch haben. Warte, Taka. Ja, die Taka warten, Alter. Wie lange... Da bin ich ja schon an die Altersschirche gestorben. Zombie beim Ausdach ist cool, ne? Ja. Hä? Wo, wo denn? Wo denn? Ich... Entschuldige mich für meine Leute, haben seit Monaten keinen Kontakt mehr zur Außenwelt gehabt. Oh ja, das glaub ich denn. Aufs Wort. Man... Kommentiert doch nicht jeden Scheiß, der da im Globo geschrieben hat. Ich hab ja nichts geschrieben. Trotzdem. Man, warum ist hier kein Mensch, man? Ich sag doch aus ne Pissposition. Ich renne gleich gleich zum Doppelhaus hin, ey. Dumm, komm ich gar nicht mehr rein. Geduld, Leute, Geduld. Ja, das haben wir alle nicht. Ich bin ja am geduldigsten nicht mehr. Das sind nur Wellen, die an unserem Bollwerk vernichtet werden. Ja, werden sie mal bis zu unserem Bollwerk kommen würden, die Wellen. Ja, ich stell mich dann mal hier in großen Zimmer mal und geh mal pissen. Martin Jones, die Kack-Gottse da. Wo soll ich mich auf den Armweden stellen und Pinkel gehen? Mal gucken, ob ich überlebt hab. Mach mal. 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 Das ist echt so, ne? Wenn das gar nichts wird, machen wir 5 Minuten Wappenstillstand und lassen die rein und wir gehen nach draußen. Ja. Mal schauen, wie das ablaufen wird. Wir kennen ja alle Schwächen von diesem scheiß Bunker hier. Es gibt keine Schwächen, das ist das Problem. Doch. Es gibt reichlich. Es gibt schon. Ich hab schon ein paar Schwächen gesehen. Das Bollwerk hab ich entworfen. Es gibt keine Schwächen. Die sind da, um uns echt sauer zu machen, wenn ich. Lass das gut sein. Warum antwortet ihr denn immer auch darauf? Die ganze Zeit nur scheiße. Sie können auch gar nicht weh dutten. Weil unsere Jota einfach nicht anders kann. Das sind bestimmt so ne Leute, die normalerweise nur im Safe schon rumgammeln. Ja, das hab ich auch nicht anders gemacht, ja. Das hab ich auch nicht anders gemacht, ja. Und wie recht du hast. Ich seh ihm auch kein Zweier bei dem Safe. Ja, genau. Das John-Chain ist genau das richtige Wort, ey. Naja, vielleicht kommt der ja trotzdem rein. Geh doch einfach ein bisschen rum hier. Gibt's doch zwei Supermärkte, wo man immer was findet. Ja, auf dem Hügel ist eh kein Schwanz. Geh einfach mal rüber und guck mal. Warum kickt ihr die denn einfach kurz? Ich spiele jetzt. Nein, noch hab ich nichts aus. Ich warte mal nicht. Wow, hier ist was zu drüben gespawnt ist, ja. Liefer-Service. Geil. Ich glaub, ich schieß gleich sonst auf Zombies oder so. So, jetzt werde ich bald wütend. Die Pizza ist leer. Ja. Ich hab die ganze Zeit nur im roten Haus. Wo wurde vorhin im Spassel eigentlich? Bei der Tankstelle? Ach du jetzt siehst du einen pinken Pfeil dahin rennen. Ich bin tot. Kann jemand von euch irgendwie ein Video auf XHamster empfehlen? Rico, komm mal her. Muss los, warte mal kurz. Oder guck einfach mal auf die Decke. Mit Nachtwischen. Also Nightwischen. Auf was? Die Decke. Wie lustig was? Video auf XHamster. Ja. Abhoc. Treffen. Privat. Bäh, du bist für XHamster. Mit den 8Fuckers und Andrea. Boah. Wir haben Fress an, ne? Aufpassen. Wer ist denn eigentlich dieser Andrea, frage ich mich. Andrea ist diejenige, die du für GC kannst. Ficken. Ja. Hamster. Jetzt holt er sich selbst mal zwei Face-Safe-Cards, Alter. Oh, das ist ja original, Alter. Der Ayo ist auch nicht schwarz. Ich gucke auf den Weg zur Tanker, hast gleich nur so die Tür hinter ihm zu knallen. Face-Safe-Card holen. Du hast so einen Staubbruch jetzt zu sehen. Dann feiert's Ayo ab, dass man Ayo nicht... Oh, los. Ey, Leute. Ich laufe jetzt seit geschlagenen 3 Minuten auf dem Krankenwagen oben rum und mir ist noch gar nichts passiert. Echt? Dann verlasse ich jetzt auch mal das Team. Ach, du steppst wie ein McOpter. Ja. Das tut mir leid, aber... Ja, mach nix, wenn du das willst. Ja, mach nix, wenn du das willst. Schüsse. Richtung Tankstelle. Richtung Tankstelle. Oh, da geht wieder rein. Befürchte, da bekämpfen sich wieder zwei Clans. Beta hört Schüsse und ist sofort weg. Super. Alt E4 und zack, weg ist er. Nein, nein, ich laufe ja in Richtung der Schüsse. Ich freue mich schon auf die Highlights heute. Wie zum Beispiel... Oh man, ich bin schon wieder tot! Ey, Doom jetzt hier zu verglümpflichen, ne? Das ist echt scheiße von dir. Wie war das denn 1 zu 18 Minuten fünf Charaktere tot? Ist denn von jedem angemeldeten Clan jemand da? Äh... Geh doch mal aus dem Schuss, Will! Ey, die schreiben... Du, bitte dich doch einfach mal die Leute einfach dauerhaft zu kicken. Immer wieder kicken. Ja, schlupf... Ändern doch einfach Passwort. Nein, nein. Fertig. Nee, Passwort ändern brauchst du nicht. Kannst du einfach kicken. Das machen sie 2-3 Mal, dann kommen sie nicht mehr. Schlupf, Lederzwerg, Raketenfrosch und... Mach dir doch die Arbeit nicht. Ach, ich mach's einfach nicht, Mann. Einfach mal ruhig bleiben. Lass sie doch scheiße schreien. Mir geht's einfach auch auf den Sack. Ignoriert's doch einfach. Wir töten sie einfach gleich. Dann haben sie genug zum Heulen. Ich nehme jetzt einen Post-Its und klebt das hier über den Chat drüber. Ja, gute Idee. Verdammt gute Idee. Scheiße, hätte ich mal mehr Post-Its bei Bankdeck geklaut. Scheiße. Vor allem, das deckt es nicht richtig ab. So, warte kurz... Kannst du mal mit dem Edding rübermalen? Ich nehm den Edding und mach jetzt mal den Chat. Ich mach gleich gehen, ne? Mal's aber mit Edding zu. Mett zeichnet sich jetzt in Porno. Oh. Da geht's gut ab. In der Tanke. Scheiße. Was scheint durch den Post-Its durch, Mann? Ich glaub, es ist in einem falschen Haus. Obwohl, du hast ja auch schon jetzt zwei, drei Kills, ne? Alex. Ich bin da schon mehr so weit vorne. Ich bin... Ich bin... Ich bin im... Roten Haus bei... Bei der Police, ne? Alex. Hier, ich. Marv hat Dicke jetzt gemacht, oder? Ja, nein, noch nicht. Alex. Wann? Ja... Wann denn? Soll ich einmal mit Taschenlampen einmal ums Haus rennen? Vielleicht denken sie, ich wär ein Bambi und dann kommen sie her. Wie gesagt, ich bin immer noch an der Police, ne? Am Roten Haus. Du bist nicht bei mir. Du bist bei Marv. Ach so, Marv. Habit, ne? Genau. Ah, sorry. Da schießt ja. Aber du kannst gern ums Haus rumrennen. Hey. Mach die Funzel aus. Marv noch voll konzentriert. Als ob sowas zu befürchten gäbe. Momentan. Der macht hier erstmal voll die Lichtspielchen im Haus. Also, ich hab mal ein Dings. Ich hab mal ein komisches rotes Leuchtteknick gemacht. Ich hab mal ne Flair. Ey, ich könnt umloggen. Da hab ich 20 Flairs bei einem... Äh, Flair Guns bei einem Charakter dabei. Sind alle voll. Dann schieß ich... Dahinten ist ne Flair an. Bei der Garage. So, mein zweites Rockstar ist mittlerweile leer. Innerhalb von 10 Minuten. Habit, ich spiel mal kurz mit meinem anderen Charakter. Oh, jetzt... Jetzt gehen sie sich aber dahinten. Ich wäre so ein bisschen raus zu gehen. Das ist echt ein guter Punkt. Den der Final da geschrieben hat. Ja. Warte, ich muss den Cross jetzt wegnehmen. Was hat der geschrieben? Deniz. Kann sein, dass zwölf Leute gar nicht mitspielen und eher looten gehen hier auf dem Server. Deniz, mein Rangefinder. Da fuk... Ist da ein Spieler grad? Deniz? Aber ich kann's jetzt sagen... Du musst mir sagen... Ja, ich komm... Ich komm in 30 Sekunden wieder. Okay. Du musst mir nur sagen, äh... Wo Ding. Wo die Leute sind, dann sag ich dir die Dinger. Nächste 200 Meter, wie sie sagen. Die legen da aber gut los. Ähm, das ist bestimmt echt so. Dieser Leder-Spaßdiener und so, die sind bestimmt hinten einfach mal noch nicht und looten da und schreiben nur so pro Forma was rein. Survivor? Ja? Hinter... Hinter... Police... Im Wald... Schon... Auch näher dran. Stört ihn! Flankiert... Richtung... Backsteinhaus läuft der. Backsteinhaus in 175 Meter. Also... Läuft da in der... In der... Wald... Wald rum. Läuft mal näher zum Backsteinhaus. Drei Viertel Mill dort auf Backsteinhaus. Nein, ich seh dir nichts zu... Ja... Bevor geh ich von mir aus. Haut nicht alle ab von der Vorderen. Hau nicht alle von der Vorderen. Er läuft wieder zurück. Er läuft wieder zurück. Oh... Ja, er läuft wieder zurück Richtung... Äh... Police. In den Wald rein. Beistück sind das. Sollen die mal näher kommen. Ja, die kommen jetzt näher Richtung Police. Endlich. Wenn die beim Bus sind, sind die tot. im dichten baum sind die drin ich bin rechts neben dir drei stück drei stück bei mosien eine sniper vor uns du stehst perfekt sind jetzt müssten jetzt ausseiten im wald vier stück mann er hat seine ausrichtung backsteinhaus kommt noch mal bitte eine denis um feuerwehrauto was hast du gesagt 175 also zwei griechen open fields aber die wirst wahrscheinlich sehen ich hab die tiefe tanne im blickberg die kannst du rüber gucken sind jetzt hier zu dritt am feuerwehrauto gut dann machen wir über werden wir dich schön überraschen dann wenn sie herkommen wie gesagt ein sniper hundertprozentig und die anderen beiden waren mose ins zirka und ein verwirrter der so auf ihn zu wirken also vier leute gesehen ein verwirrter mit der taschenlampe wo ist er denn wo ist er denn ganz knapp drunter auf wen schießt du denn einer ist da genau unter einem ast so gesehen hier so jetzt kann ich wieder treff doch mal ist doch nicht so schwer ich kann ich sehen nicht mehr so riko wo hast du jetzt wo du mal bei dem ride shield in meinem raum raus oder leck du dich hier drauf ist schnell gleich das holt er dich gleich ach da ist er auch ich soll links vom gebäude gucken ja schau mal auf den bus und so polizei ich hab hier die rechte seite so der eine ist ja noch dicken baum links neben den birken hinter der hinter backsteine ok ich habe blick auf die dichte tante dennis dennis war deine beine vorsicht dahinter sind drei stück ein baum weiter drei stück dahinter sobald die in die tante gehen kann ich mal rein brats und ein sniper sehe ich hier wo ich würde gerne rausgehen den holen das war es mit first person gescapt ja ja hit aber nicht tot wer war das so was auf den baum geschossen weiß nicht da liegen zwei nebeneinander drei stück waren da und einer liegt an einem dickeren baum einer down ich glaube das war der sniper ich bin mir auch nicht sicher das war nicht der sniper der sniper ist einen dicken baum weiter links wo hast du denn einen daumen bekommen wir reden aber von den gleichen ne weiß ich nicht ist auch noch einer down 2 mal plus 2 red im arsch alter ich glaube du hast schlupp getrunken ja ja wirklich blitzfeiert sorry meine platz aber geht zwar nicht ich weiß nicht entweder für eine police hier da ist ein zombie reingelaufen oder da ist ein spieler reingelaufen wo sind die denn jetzt alex achte du mal mit auf police äh ich stehe am feuerwehrauto gucke da ganze zeit rüber da ist keiner ja obwohl ich war ne das ist ein zombie ich hab gesagt entweder ist ein zombie oder ein spieler gerade da lang gelaufen äh dennis war seine funzler an ne man war es kommt noch einer zu den zu den drei hinter backsteiner haus im wald also das gar nicht ein haus hinterm wald sind vier leute und einer ist einer eine tante weiter links fünf leute insgesamt ähm du hier im haus soll ich es dir mal rauslocken hm nein ne 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 lebens Was machst du da? Wieso? Du hörst dich auch wie so'n Pferd Habit hier rechts? Bist du totatet? Ne, 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 da hat aber jemand auf mich geschossen Direkt vor mir am Baum Bist du da draußen? Wer moscht denn da die Zombies? Das ist der Doom glaub ich Direkt? Direkt vor dir? Ja, der Baum oder die Steine direkt vor mir Da, da seh ich nicht Der, der springt oder was? Da, genau Also in meine Richtung, nach Norden Der Baum oder die Steine direkt vor mir Da war einer mit der Blazer Ne, das war keine Blazer Das war eine M107 War eine M107 halt Vielleicht steht er grad Entweder Stein oder hinterm Baum Boah Na, die Himmelsrichtung ist hinter der dichten Tanne Freddy Direkt vor mir Wenn du hier rausguckst Wo ich hier schau Der da hinten Er rennt da hinten Ich würde da Ich würde da Ich würde da Eben Da in der Tanne Da ist der grad reingelaufen Ist einfach blind geschossen Wo der ungefähr hingerannt ist In der dicken Tanne? Ja, da laufen grad etliche Zombies rein Die unten so dicht bedudelt ist Die unten so dicht bedudelt ist Ja Ich seh was Ich seh was Ich seh was Oh, du stehst genau vor mir Entschuldigung Eben hab ich genau gesehen Wo der Zombie stehen geblieben ist Wo der den kaputt gestoppt hat Ja Und dann stehst du auf einmal Und dann hab ich auch immer in deinem Kopf Von eurer Linse Schuss Schuss hier Richtung Einfach zur Not ab Was machst du da am Baum? Da hinten Schüsse bei Tankstelle wieder Ein Hit auf uns geschossen 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 Ich hab geschossen Noch mal Hit Der hat der halt sich hoch Der spürst Egal Mach mit das Spiel Haben sie nicht noch hier aus mit Machen Hab einen Ön Ich glaub da waren zwei in der Tanne Ach Kevin Du musst die Augen mal besser aufnehmen Ja Wo denn? Weil der Tanne da Wo der Zombie rechts steht Nee Guck mal wo ich stehe Stell dich mal wohin wo ich stehe Ja gesehen gesehen Ich seh die andere Tanne Links die dicke Du hüpfst du da rum? Bruder Warum? Nee wer ist das an dem Baum da? Ich Das bin ich Warum? Weil ich sie hier rausholen Damit der aus dem Haustür abklangen kann Ist doch keine Einzelaktion Nee nee Ich pass schon auf Keine Angst Nee weil das Hüpfen das war Weiß ich nicht Ja Nee ich hüpf immer nur damit ich über den Berg gucken kann Da ist so ein kleiner Hubbel Welche Richtung? Achso In die dichte Tanne Da geht noch nicht hoch Aber du hast mich mal gucken Ich seh vier Tubsen über hinter die Buter trägflate Harald Auch wenn hier auf kann ich nicht sehen Ich muss ja auf die Kiste hier liegen dann sist Ich seh vier Tubsen raus da lebt in der Tasse Was sind Tubsen die denn? die seite sehe ich ja wie gesagt immer noch hinter hinterm wachstein haus am baum direkt am ersten baum kann sie treffen ich werde ich das zweite könnte treffen ja wo ich probier's jetzt mal wenn der die sniper hat bin ich halt tot der wird hier rein wo bist du denn welche kommen in haus und hier ist er dauernd der schlosser markstein die die weiter rechts ist denn es ja da und er mich geschossen hat roten haus ein polis ja genau richtig geschossen da ist er auf jeden fall aber dafür hat er immer weg immer weg du bist kann verleihen werden ja ja du bist du von da habt ihr nicht erwischt nicht erwischt aber ich konnte eben ideal sehen wenn man deine füße im weg aber die können auf die schießen über die straße jetzt gibt es nix ihr redet von dem wo ich gerade hin strahlen ja also na gut ich sag jetzt einfach mal ja da wo du eben drauf zugelaufen wird der schilder in der tanne ab irgendwie ich gehe jetzt mal raus zu peter hier noch ein bisschen action mit dem hat er die konnte der hat er von schon eigentlich auf dich geschossen hat nein der hat nicht zurück geschossen soll ich mal in seine richtung schießen wenn jetzt jemand auf der sniper ist dann habe ich echt gelitten soll ich meine richtung von dem typ schießen er rennt da immer ein baum rum wer wo soll ich dem sagen dass ich den schuss dabei hat dass das egal ist nein sagt gar nichts denn ich bin jemanden da ist in der baum irgendwo ich verstehe es nicht mal schau was jetzt belegt wer hat da hingeschossen ist nicht so ist das ich schieße einfach rein ich habe genug money dabei spielt den lockvogel hinter die wird und von vorne von vorne kommt jetzt einer ein handgelenk wird steil wählen vom snipen oder was ich habe keine richtige ablage wir sollten einfach auf den scheiß im feuerwehrauto kommt könnte eventuell drauf gucken auf den gegner von hier sieht man die tanne auf jeden fall er sieht man den gegner ab und an läuft er da lang ja sieben von hier ist auch oben oder was wir stehen hier neben der mauer auf beim feuerwehrauto vorne um sehen wir es gerade durch leuchten durch durch den baum sehr schlecht ist wie gar nichts leuchtet ist ja auch nichts soll jetzt sehe ich wahrscheinlich nachts sich das mache so nicht vergessen bei der werkstatt waren auch noch welche werkstatt große kleine hinten im nach dem süden da haben wir ja andere post hier die dahin gucken können von hier aus kann ich dann nicht mal einsehen die am wassertank da oder was die werkstatt ja also alte werkstatt mir mal kurz das wasser hier an ist eine flere ich sehe nicht mehr darum ich glaube der ist nach norden weg kann es sein es wird ja gleich tag haben wir schon rotzen was gerade waren von ihm wenn ich dann schießen will ist dann im blutfall einer frau mir das doch es tut mir leid ich gehe weg jetzt einfach abdrücken müssen der erste einzeln in dem haus dann ist ich gut mich aber nicht vor mir ich könnte mit der skau auf den schießen aber dann weiß er dass ich hier bin ich mein jetzt wenn jemand ins haus reinkommen aus treten kann er kann er kommen er ist immer noch ein baum wie soll ich denn da reinkommen ach du kannst da rein ja ja klub kannst du reinkommen siehst du die denn siehst du die viele leute denn noch hier sind ich sehe nur noch einen und der rest ist wo der andere ist ein paar sind halt Richtung garage gelaufen das könnten die sein die auf die ihr die ganze zeit schießt wenn die so einen blauen klartec haben tb ich bin hier auf dem ding hängen geblieben also einer liegt immer noch in der tanne drin bei mir ist er hängen geblieben ich habe keine kugel fliegen sehen ich habe die fliegen sehen ich hätte ihn treffen müssen auf die meter ich glaube ich schieße mal auf dem mit meiner hier ein kursbau ja dann hat einfach aufziehen also wo sich bewegt hier oben ist ein fernklass ich will das fernklass haben wir wollen holen sie beim feuerwehrauto ein da oben was beim feuerwehrauto kann die einfach umbraten fertig ich sag es ganz ehrlich welchen lassen da an der tanne bitte ruhig so soll ich gleich an den nächsten rechte seite von der tanne so schießt dahin wurde jetzt haben wir jetzt rein geht sie sein muss er doch nicht geschossen da wurde jetzt haben wir gleich rein geht er wird hinter die tanne gegen er ist hinterm stamm welcher der welt die große tanne direkt also wenn du vor mir guckst rechts vor mir zu zirka das ist voll sind einer sollte dahin gehen und stürmen hier ist ein zombie dann schießen oben hat man so viel munition ne wieso wofür habe ich eine axte in der hand ja gut dann wieder auf einmal soll ich ihn mal locken ich mache mir selber was zu trinken die kriechen zu uns mann die kriechen zu uns sind momentan 35 leute drauf hast du die tanne noch im blick er läuft wieder richtig norden weiter ok also gerade weggerutscht glauben ist schon wieder so eine geile aussage ja ich habe da erst in die richtung gelaufen so fertig das kann sein dass er antäuscht wer leuchtet mit der lampe es wird immer noch strahl ab und in seine richtung denn jetzt kannst du was sagen wo der ist